Boah, es geht schon los. Es geht schon los gegen einen National Master. Roro Roms. Roro Roms? Aber was ist mit dem? Der zieht nicht. Ich hoffe, irgendeiner der Mods ist am Start. So, es geht los. So, was spiele ich hier? Karokan, C5 sofort. Sehr ungewöhnlich, wer da spielt. Fängt schon wieder super ungewöhnlich an hier. B6, C6. B6, C6 geht gar nicht. Danke für die Subs. Asgafel, Motenschi, Karo, meine Liebe. Diese Variante ist total schlecht. Aber dieses frühe C5, aber ich kann mir nicht merken, die Theorie. Na gut, jetzt mache ich aber F5 hier. Die Frage ist, was mache ich mit dem Läufer auf D7? Der steht da total dämlich. Ja, der muss über... ...da rüber rein spielen. Und jetzt springt er D7 im nächsten. Er nimmt. Ja, ich muss so nehmen, ne? Ja, der hängt jetzt hier. Er wird gleich Läufer A3 machen, dummerweise. Was ist denn das? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist total schlecht schon wieder, für mich. Okay, Springer F7, Läufer D4 wenigstens. Ich muss so spielen, geht nicht anders. Vielleicht geht der Quatsch auch noch. Ähm, eigentlich nicht. E5. Ja, der Zug droht ja gar nichts. Fe6, König... ...G8 einfach. Oder König G8 sofort. Fesselt hier, ne? Danke für die vielen Subs, Leute. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich auf die Partie konzentrieren. Mache ich E5 oder was? Nee, E5 ist schlecht. Turm A2 macht er. Ja, aber jetzt ist er immer noch gefesselt. Jetzt kann ich Springer D7 machen. Er kann nicht nehmen. Ich greife mal einen Läufer an. So, jetzt müsste ich eigentlich gut stehen. Läufer H6 oder so ein Scheiß, ne? Springer D3 sieht extrem stark aus. Das droht hier Springer F2. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, er muss opfern. Danke für die vielen Subs. Mal ein Hütter, es gibt so eine hier. Ja. Nein, E7, Mann. Sag mal, was ist denn los mit mir schon wieder? Es fängt schon wieder an, ey. Es fängt schon wieder an, dass ich hier rumtilte. Mann. Total gewonnene Partie wieder. Total der Scheiß. Echt einfach, einfach was mehr hier. Was ist schon wieder so schlecht alles? Dass ich mich nicht einmal konzentrieren kann. Mann, war das schlecht wieder. Also, hier habe ich schon wieder verhunzt, ne? Na hier. Minus 13. Minus 13. Alter Lachs. Minus 13. Dame C2. Den Zug hatte ich gesehen. Es droht damit D1, Turm F1. Minus 48. Es ist einfach total gewonnen für mich.